Das ist vielleicht ein bisschen unangemessen. Leanne Rimes spielte in ihrer eigenen Liga, als sie in Los Angeles in diesen sehr knappen Shorts und Stöckelschuhen ausging, um ihrem Stiefsohn Jake beim Baseballspielen zuzusehen. Die 30-Jährige zeigte Beine in diesen schwarzen Kunststoff-Hotpants. Dazu kombinierte sie schwarze Enkelboots. Oben bedeckte sich der Star mit einem gestrickten Sweater. Die Country-Sängerin sah glücklich aus beim Verhätscheln ihres fünf Jahre alten Stiefsohns, als sie ihren Mann Eddie Cibrienne bei diesem Familientag begleitete. Tja, nichts sieht mehr nach Stiefmutter aus als diese Mini-PVC-Shorts. Wer zieht schon solche kurzen Shorts an?